Der 31-jährige Jun Lin stammt aus Wuhan und hat dort bereits im Jahr 1997 die Schule abgeschlossen. Anschließend arbeitet er in Peking und Shanghai. Doch Jun Lin möchte sich weiterbilden und ein Studium abschließen und so bewirbt er sich im Jahr 2009 um ein Auslandsvisum. Nach einem Aufenthalt in Kanada im Jahr 2010 erhält er einen Studienplatz für Ingenieurswissenschaften und Informatik an der Montreal Concord Universität und kehrt im Jahr 2011 dorthin zurück. Er teilt sich in Montreal eine Wohnung mit mehreren anderen Studenten. Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Am 26. Mai 2012 meldet ein Anwalt sich bei der Polizei in Toronto, da ein echtes Snuff-Video auf einer bestimmten Internetseite hochgeladen wurde. Er macht auch eine Meldung bei seinem örtlichen Sheriff in Montana und sogar beim FBI. Das Video zeigt einen Mann auf einem Bett, der an Händen und Füßen gefesselt ist. Dann sieht man einen anderen Mann, der immer wieder auf den gefesselten Einsticht. Das Video dauert 10 Minuten und 45 Sekunden und trägt den Titel One Lunatic, One Ice Pick. Neben dem Mord ist noch zu sehen, wie der Täter dem Opfer den Kopf abschneidet und einen Teil seines Fleisches mit Messer und Gabel herausschneidet. Auch ein Hundewelpe ist zu sehen, der von dem Täter animiert wird, das Fleisch des Leichnams zu essen. Der Hund wird danach ebenfalls umgebracht. Während des Videos läuft der New Order Song True Faith und ein Poster des Filmklassikers Casablanca hängt an der Wand. Anschließend führt der Täter einige weitere Handlungen mit der Leiche durch. Doch zunächst werden die Meldungen des Anwalts von allen Stellen ignoriert, obwohl das Video inzwischen auch von weiteren Usern gemeldet wurde. Nur drei Tage später, am 29. Mai, erhält die kanadische konservative Partei in Ottawa ein Paket, das merkwürdig riecht und dunkelrote Flecken aufweist. Jenny Bayer, die der Partei angehört, öffnet das Päckchen und findet einen menschlichen Fuß und eine Nachricht vor. Auf der Nachricht steht, dass insgesamt sechs Körperteile verschickt wurden und dass der Täter wieder zuschlagen würde. Später am gleichen Tag wird in der Postverteilstelle der Stadt ein weiteres blutiges Paket gefunden, das an die liberale Partei adressiert ist. In diesem Päckchen befindet sich eine abgetrennte Hand. Bei ihren Ermittlungen stellt die Polizei schnell eine Verbindung zu einem Leichenfund her, der am Morgen am Stadtteil Snowden in Montreal gemacht wurde. Ein Hausmeister hatte dort bei den Müllcontainern eines Apartmenthauses einen Koffer entdeckt, von dem ein merkwürdiger Geruch ausgegangen ist. Er hat ihn mithilfe eines Bekannten geöffnet und die beiden haben den Torso eines Mannes darin gefunden. Der Leichnam weist schwere Stichverletzungen auf. Der Hausmeister berichtet, dass sich der Koffer bereits seit dem 25. Mai auf dem Müll befunden hätte, also bereits seit vier Tagen. Die Polizei nimmt die Überwachungskameraaufnahmen des Apartmenthauses unter die Lupe und findet darauf einen jungen Mann, der mehrfach Müllsäcke nach unten bringt, und zwar 20 Mal und das Ganze nachts um drei Uhr. Stunden zuvor wurde er von den Kameras erfasst, als er gemeinsam mit einem weiteren jungen Mann das Apartmentgebäude betreten hat. Es gibt keine Aufzeichnungen davon, dass sein Bekannter das Haus wieder verlassen hat. Allerdings trägt der Mann, als er später selbst sein Apartment verlässt, das T-Shirt, das zuvor sein Besucher getragen hatte. Der gleiche junge Mann wurde auch auf dem Postamt gefilmt, wo er offenbar die Körperteile aufgegeben und an die Parteien geschickt hat. Die Polizei beginnt natürlich, die Anwohner des Apartmenthauses zu überprüfen und der Hausmeister erkennt den jungen Mann auf den Kameraaufnahmen. Es handelt sich um den 30-jährigen Luca McNodder, der dort seit vier Monaten wohnt. Er ist nicht vor Ort anzutreffen, doch die Polizei nimmt seine Wohnung unter die Lupe. Sie ist ziemlich leer, er hat kaum private Dinge zurückgelassen. Die Polizei findet jedoch erhebliche Rückstände von Blut auf einer Matratze, dem Kühlschrank, einem Tisch und in der Badewanne. Später finden sie einige Werkzeuge und weitere Dinge im Müllcontainer des Hauses, darunter einen silbern angemalten Schraubenzieher, die Tatwaffe, die offenbar angemalt wurde, um im Video wie ein Eispickel zu wirken. Luca McNodder gilt ab dem Zeitpunkt als der Hauptverdächtige, doch er befindet sich bereits auf der Flucht. Nachdem mehrere Tage lang in ganz Kanada nach ihm gefahndet wurde, geht eine Interpol-Fahndung nach ihm heraus. Nun wird weltweit nach ihm gesucht. Auf der ganzen Welt waren die Medien zur Vorsicht, falls man ihn sieht. Er wird als außerordentlich gefährlich beschrieben. Luca Rocco McNodder ist im Jahr 1982 als Eric Clinton Kirk Newman als Ältestes von drei Kindern in Scarborough in Ontario geboren. Seine Mutter hat einen Zauberkeitstick und sperrt die Kinder regelmäßig aus dem Haus aus, um zu putzen. Im Winter lässt sie die Kaninchen der Kinder draußen erfrieren, wobei im Text unklar bleibt, ob sie die Kaninchen draußen vergessen hat oder ob sie dies mit Absicht gemacht hat. Sein Vater beschreibt später, Luca hätte als Kind keine Freunde gehabt. Er spielt gerne mit Barbies und wird von seinem Bruder oft mit üblen Schimpfworten traktiert. Außerdem ist er von Filmstars, unter anderem von Marilyn Monroe, geradezu besessen. Er schreibt in der Schule eine Art Buch über Sharon Stone, da er eine besondere Vorliebe für den Film Basic Instinct hat. Dann wird bei Lucas' Vater Schizophrenie diagnostiziert, was zur Trennung der Eltern führt. Nach ihrer Scheidung wächst er ab dem Alter von zwölf Jahren bei seinen Großeltern auf. Seiner Großmutter fällt als erstes auf, dass etwas mit ihm nicht stimmt, da er oft paranoid ist und laut mit sich selbst spricht. Als Jugendlicher wird er dann selbst, genau wie sein Vater, mit Schizophrenie diagnostiziert und mehrfach deswegen behandelt, doch er nimmt seine Medikamente nur unregelmäßig und später dann gar nicht mehr. Er behauptet, gelegentlich Stimmen zu hören. Später taucht er öfter alleine bei Ärzten oder in Kliniken auf. Im Jahr 2003 beginnt er in Pornos aufzutreten und er lässt sich außerdem als Stripper und als Escortperson buchen. Obwohl Fotos und Videos seiner Tätigkeiten in diesem Rahmen aufgrund seiner Tat mittlerweile überall zu finden sind, sagt ein Insider, seine Karriere sei alles andere als erfolgreich verlaufen. Die Filmindustrie sei nicht sonderlich interessiert an ihm gewesen und er hätte es lediglich auf sechs Filme innerhalb von fünf Jahren gebracht. Doch da er seine Modelfotos auch auf seinen sozialen Netzwerken teilt, er hat um die 70 verschiedenen Facebook-Profile und 20 Websites mit einer ganzen Menge gephotoshoppten Bilder darauf, entsteht bei seinem Publikum der Eindruck, dass er ein gefragtes Model ist. Doch auch in dieser Branche bekommt er nur kleine und gelegentliche Jobs, von denen er nicht wirklich leben kann, auch wenn er es nach außen hin anders darstellt. Er ist offenbar äußerst stolz darauf, überhaupt Modeljobs bekommen zu haben und stellt sich vor neuen Bekanntschaften als wesentlich prominenter dar, als er eigentlich ist. Wirklich weltweite Aufmerksamkeit bekommt er erst durch den Tod seines Opfers. Seinen Namen, Eric Clinton Kirk Newman, lässt er im Jahr 2006, im Alter von 24 Jahren, in Luca Rocco Magnotta ändern, aufgrund von schlechten Erinnerungen an die Vergangenheit und um sich neu zu erfinden. Danach, ab etwa 2007, unterzieht er sich auch mehreren plastischen Operationen und beginnt, für Rollen in Fernsehserien vorzusprechen, allerdings erfolglos. Ebenfalls im Internet beschreibt er, dass er wegen verschiedener Probleme Psychopharmaka einnehmen würde. Offenbar hat er bei verschiedenen Psychiatern, die er in den letzten Jahren besucht hat, immer wieder einen Mann namens Manny Lopez erwähnt. Er sei ein Mann, der ihn bereits als Teenager zu bestimmten Handlungen aufgefordert hätte, von denen er nun traumatisiert sei und Manny sei immer noch in seinem Leben präsent und würde ihn zu verschiedenen Dingen anstiften. Zwischendurch hätte er auch immer wieder Affären mit ihm. Eine kurzzeitige Freundin von ihm, eine Transfrau, die Magnotta im Jahr 2006 gedatet hat, sagt aus, dass er regelrecht besessen davon gewesen sei, berühmt zu werden und dass sich alles immer nur um ihn selbst gedreht hätte. Sie beschreibt seine Persönlichkeit als ausgesprochen narzisstisch. Darüber hinaus sei er immer interessiert gewesen, sich über Serienmörder zu unterhalten und an diesen Unterhaltungen hätte er ganz offensichtlich den meisten Spaß gehabt. Bereits zwei Jahre zuvor hat er sich mit einer 21-jährigen Frau eingelassen, sie um eine Menge Geld betrogen und sie zu bestimmten Handlungen gezwungen, die er auch gefilmt hat. Die Frau soll auf dem geistigen Entwicklungsstand eines Kindes gewesen sein und es kommt zu einer Anzeige, doch die Vorwürfe der Übergriffe werden schließlich fallen gelassen. So wird er nur für den Betrug verurteilt und erhält dafür neun Monate Gefängnis und ein Jahr auf Bewährung. Im Jahr 2007 behauptet er in Interviews im Rahmen seiner Modelkarriere, dass er eine Affäre mit Carla Homolka gehabt hätte, eine Serienmörderin, die gemeinsam mit ihrem Mann ihre eigene Schwester und drei weitere Frauen umgebracht hat und im Jahr 2005 aus dem Gefängnis entlassen wurde. McNodder hat nie etwas mit Homolka gehabt, doch er erhofft sich durch die Behauptung, ein entsprechendes Image zu bekommen. Dies bekommt er auch tatsächlich, allerdings sind die Auswirkungen wesentlich negativer, als er es erwartet hat und sie behindern eher seine Karriere. Auf die Päckchen mit den Körperteilen, die er verschickt hat, hat er übrigens auch als Absenderadresse die Adresse von Carla Homolkas Andra, noch lebender Schwester, geschrieben. Zwischen 2010 und 2012 postet er einige Videos mit fürchterlichen Inhalten auf YouTube. In einem Video ist zu sehen, wie er zwei Katzenbabys in einer Plastiktüte erstickt, indem er die Tüte mit einem Staubsauger bearbeitet. Das Video trägt den Titel One Boy, Two Kittens. Mehrere Tierschutzorganisationen melden seine Videos bei der Polizei und im Internet bildet sich eine Gruppe, die sich das Animal Beta Project nennt. Sie wollen den Täter stoppen und finden anhand einer Bild-für-Bild-Analyse der Videos heraus, dass die Kleidung und die Einrichtung des Täters so aussehen, wie die in Videos von einem anderen User mit einem anderen Account und sie versuchen herauszufinden, um wen es sich bei ihm handelt. Sie verdächtigen eine Person, die auf den Seiten aktiv ist und die ganze Gruppe schickt ihm zahlreiche Nachrichten und auch einige Drohungen. Der junge Mann, der von der Gruppe falsch verdächtigt wird, bringt sich kurz darauf um. Es ist nicht bestätigt, ob dies auf die Drohung zurückzuführen ist. Wenig später bekommt die Gruppe einen anonymen Tipp, dass es sich bei dem wahren Täter um Luca McNodder handelt. Bis heute gibt es Diskussionen im Internet darüber, wer der Gruppe diese Informationen gegeben hat. Sie versuchen mittels eines Google-Programms herauszufinden, wo er sich aufhält. Dies ist ein Programm, das identifizieren kann, wann und wo Bilder, die online gepostet werden, aufgenommen wurden. So kommen sie darauf, dass er sich im Raum Toronto aufhalten könnte und informieren die Polizei dort. Die Polizei nimmt auch Ermittlungen gegen ihn auf und auch das FBI erhält eine Meldung über ihn, da er bereits damals auf dem ganzen Kontinent unterwegs ist und viele bereits mutmaßen, dass eine so grausame Person auch nicht davor zurückschrecken würde, Menschen etwas anzutun. Doch obwohl die Polizei gegen ihn ermittelt, kann er bereits damals nicht ausfindig gemacht werden. Doch zwischendurch, im Januar 2011, wird er von der Polizei in eine Psychiatrie in Miami gebracht. Von der Sache mit den Katzen wissen sie offenbar nichts. McNodder ist aufgefallen, da er verwirrt zu sein scheint. In der Klinik wird er zunächst jedoch als ruhig, normal und gut organisiert beschrieben. Er könne sich lediglich überhaupt nicht daran erinnern, wie er von New York, wo er sich zuvor aufgehalten hatte, nach Miami gekommen sei und auch nicht, wie lange er schon dort ist. Eine Ärztin beschreibt jedoch am nächsten Tag, dass er paranoid und unorganisiert gewirkt hätte und dass sie eine Psychose für möglich hält. Wenige Tage später wird er entlassen und kehrt erstmal nach New York zurück. Inzwischen hat er zwei weitere Videos veröffentlicht. Eines davon zeigt, wie er eine Katze, die an einem Besenstiel festgebunden ist, in einer Badewanne ertränkt und in einem dritten verfüttert er tatsächlich eine lebendige Katze an eine Python. Im November 2011 trifft sich ein britischer Reporter in London mit McNodder und versucht, ihn zu den Anschuldigungen betreffend der Katzenvideos zu befragen. Er streitet natürlich alles ab, doch die Zeitung veröffentlicht einen Artikel über die Katzenmorde. Zwei Tage später erhält die Redaktion einen Drohbrief, in dem steht, Zitat, Das nächste Mal, wenn ihr von mir hört, wird es um einen Film gehen, in dem ich mit Menschen zu sehen bin und nicht mit Katzen. Unterschrieben ist der Brief mit dem Namen John Kilbride. Kilbride ist eins der Opfer der Serienmörder Ian Brady und Myra Hindley aus Großbritannien. Die Londoner Polizei, die über den Brief informiert wird, sagt, dies würde nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Im Jahr 2012 bekommt das Animal Beta Project dann den Hinweis, dass McNodder nach Montreal gezogen sei. Korrekt, wie wir mittlerweile wissen. Sie gehen die selbst geposteten Online-Fotos von ihm durch und sehen auf einem der Bilder eine auffällige Straßenbeleuchtung und eine Tankstelle. Nachdem sie mittels Google Street View alle möglichen Kreuzungen in Montreal unter die Lupe genommen haben, können sie so tatsächlich McNodders Nachbarschaft identifizieren. Leider ist es bereits zu spät. Bis zum 30. Mai 2012 kann dann durch Untersuchungen bestätigt werden, dass die verschiedenen Körperteile und der Torso von der gleichen Person stammen. Einen Tag zuvor bereits ist John Lynn von weiteren Kommilitonen als vermisst gemeldet worden, nachdem sie ihn vier Tage lang nicht gesehen hatten, sie ihn nicht erreichen konnten und er auch nicht bei seinem Nebenjob in einem Supermarkt erschienen ist. Am 5. Juni gehen zwei weitere Päckchen ein, an der St. George School und an der Falls Creek Elementary School in Vancouver. Die Päckchen enthalten den anderen Fuß sowie die andere Hand des Opfers. Am 13. Juni wird dann schließlich nach Abschluss der Untersuchungen bestätigt, was viele bereits vermutet hatten. Es handelt sich bei dem Toten tatsächlich um John Lynn. Auch das Video, das im Internet aufgetaucht ist, wird nun mit dem Mord in Verbindung gebracht und auch hier können die Ermittler kurze Zeit später bestätigen, dass auf der Aufnahme der echte Mord an John Lynn zu sehen ist. Die Ermittler finden weitere Posts online, in dem der Täter das Video des Mordes bereits zehn Tage zuvor ankündigt. McNodder hat einige Dutzend Profile im Internet und schreibt dort regelmäßig Kommentare auf seinen eigenen Websites, so als wäre er einer seiner Fans. Unter anderem schreibt er, bereits bevor er John Lynn umbringt, er hätte gerade das Video One Guy One Ice Pick gesehen. Entgegen der ersten Gerüchte, dass McNodder und John Lynn in einer Beziehung gewesen seien oder auch, dass sie Freunde aus dem gleichen Freundeskreis hatten, haben die beiden sich zuvor nicht gekannt. John Lynn war in China bereits einmal kurz mit einer Frau verheiratet, hatte sich dann aber scheiden lassen und war anschließend nur mit männlichen Partnern zusammen. Dies hat er jedoch vor seiner Familie geheim gehalten, die ihn immer wieder dazu drängte, wieder eine Frau zu heiraten. Zwischen 2010 und 2012 war er mit einem Mann namens Lin Feng zusammen, der ihn auch nach Kanada begleitet hatte. Die beiden erhofften sich in Kanada ein entspannteres Leben und mehr Akzeptanz für ihre Beziehung, doch sie geht in die Brüche, unter anderem auch, da Jun Lins Familie weiter Druck auf ihn ausübt, eine Frau zu heiraten. Nach ihrer Trennung reist Lin Feng Anfang Mai, also nur wenige Wochen vor Jun Lins Tod, zurück nach China. Am 24. Mai befindet er sich im Urlaub in Bangkok und er hat an diesem Tag auch noch Kontakt über einen Nachrichtendienst zu Jun Lin. Jun Lin selbst sucht nach seiner Trennung von Lin Feng Anzeigen, zum Beispiel auf Craigslist heraus, in denen andere Männer nach Partnernausschau halten. McNodder sagt, dass Jun Lin auf eine solche Anzeige von ihm geantwortet hätte und er am Abend des 24. Mai bei ihm vorbeigekommen sei. Am 22. April hatte Jun Lin auf den chinesischen Portalen China Rebo und Xiaomi Music ein Foto eines leeren Zuges gepostet, das mit dem Song I Kissed a Girl von Katy Perry unterlegt war. Als Unterschrift schreibt er Midnight Cannibal Train unter das Bild. Der letzte Zugriff auf diesen Post ist am 24. Mai um 22.21 Uhr erfolgt, also nur Stunden vor seinem Mord, und zwar im Raum Montreal. Früher an diesem Abend hat Jun Lin auch noch eine Nachricht an einen anderen Freund in Montreal geschickt, während er sich bereits bei McNodder befunden hat. Die einzige Spur, die die Ermittler bislang haben, ist, dass McNodder nach der Tat ein Flugticket nach Paris gekauft hat. Dort versuchen weitere Ermittler, das Signal seines Handys zu orten. So kommen sie schließlich auf ein Hotel in Bagnolet. Als sie dort eintreffen, ist McNodder bereits wieder geflüchtet. Doch er ist tatsächlich dort gewesen und hatte unter dem falschen Namen Kirk Trammell eingecheckt. Zwei Tage später meldet sich ein junger Mann und sagt, dass er McNodder zwei Tage lang Unterschlupf gewährt hätte, ohne dass ihm klar gewesen sei, wer er gewesen ist. Die Polizei in Paris ist in Alarmbereitschaft, doch McNodder ist inzwischen mit einem Bus nach Berlin weitergefahren. Dort gibt es in den nächsten Tagen erstmal einige unbestätigte Sichtungen von ihm, also ist die Polizei vorgewarnt, dass er sich möglicherweise dort aufhält. Am 4. Juni dann hält ein Mann, der in einem Internetcafé in Neukölln arbeitet, auf der Straße ein Polizeiauto an und sagt, dass er sich sicher sei, dass McNodder sich gerade in dem Internetcafé befinden würde. Der Mann hatte gerade die Zeitung gelesen und ein Foto des Gesuchten gesehen, wenige Minuten, bevor er dort zur Tür hineingelaufen ist. Ein Einsatzteam ist innerhalb von wenigen Minuten bei dem Café und mehrere von ihnen gehen hinein. McNodder sitzt an einem der PCs im hinteren Teil des Ladens und liest gerade Nachrichten über sich selbst. Als er nach seiner Identität gefragt wird, gibt er zunächst einen anderen Namen an, doch die Polizisten beharren darauf, seinen Ausweis zu sehen. McNodder scheint zu wissen, dass er nicht mehr entkommen kann und sagt ihnen, dass er der sei, den sie suchen. Durch den Vergleich seiner Fingerabdrücke kann seine Identität kurz darauf bestätigt werden. McNodder befindet sich zwei Wochen lang in Gewahrsam in Berlin, bis sein Auslieferungsantrag durch ist. Während dieser Zeit weigert er sich, genauere Details zu seiner Flucht oder zu seiner Tat zu nennen. Am 19. Juni wird er dann mit einem eigens für ihn beantragten Militärflugzeug zurück nach Kanada gebracht. Er ist die ganze Zeit lang an Händen und Füßen gefesselt und wird von mehreren bewaffneten Polizisten überwacht. Seine Überstellung in einem regulären Flugzeug wurde als zu gefährlich eingeschätzt. In seinem Besitz befindet sich die volle Version des One Lunatic von Icepick Videos, das die Polizei nach seiner Auslieferung nach Kanada unter die Lupe nimmt. Es ist insgesamt 15 Minuten lang und zeigt weitere Details, die in der 10 Minuten 45 Sekunden langen Version im Internet nicht zu sehen waren. Das 15-minütige Filmmaterial hat McNodder innerhalb einer Zeitspanne von drei Stunden erstellt, in denen er Jun Lin angegriffen und getötet hat. Weitere Fotos der Tat befinden sich ebenfalls auf seinen beiden Laptops. Einen davon hatte er in Berlin dabei, den anderen hat die Polizei in Montreal auch im Müll hinter seinem Apartmenthaus gefunden. Am 1. Juli wird auch endlich nach einem anonymen Tipp der Kopf von Jun Lin gefunden, an einem See im Angri-Nior-Park in Montreal. Die Polizei stößt auch auf die Gerüchte im Internet über seine Affäre mit Carla Homolka und gibt dies erstmal als Fakt an die Öffentlichkeit weiter. Wenig später ziehen sie dies aber zurück und bestätigen, dass dies nur Gerüchte gewesen sind, die der Täter bereits fünf Jahre zuvor selbst in die Welt gesetzt hat. Luca McNodder wird in fünf Punkten angeklagt. Mord, Verstümmelung einer Leiche, das Verschicken der Körperteile mit der Post, das Veröffentlichen des Videos im Internet sowie krimineller Schikane von Parlamentsmitgliedern. In seinem Verhör streitet er die Verantwortung für alle Anklagepunkte ab, mit der Begründung, dass er psychisch krank sei. Die Handlungen an sich gibt er allerdings zu, doch er behauptet, dass Manny ihn zu allem angestiftet hat. Sein Anwalt versucht damit zu argumentieren, dass McNodder bei der Tatausführung psychotisch gewesen sei. Der Staatsanwalt argumentiert dagegen, dass er seine Tat vorher geplant und organisiert hat und sie auch im Internet angekündigt hat. Einem Psychiater erklärt McNodder ebenfalls, dass die Person namens Manny dort gewesen sei und ihn zu dem Mord angestiftet hätte. In Kombination mit McNodders Elias Kirk Trammell, unter dem er in dem Hotel in Paris eingecheckt hat, kommt der Psychiater dann darauf, dass er beide dieser Namen aus dem Film Basic Instinct übernommen hat. Sharon Stones Charakter im Film heißt Catherine Trammell und sie hat einen Verlobten, der im Film nie zu sehen ist, aber öfter erwähnt wird, mit dem Namen Manny Vasquez. Da er im Film nicht zu sehen ist, gehen die Ermittler davon aus, dass McNodder sich die Anwesenheit von Manny nur ausgedacht hat und keine weitere Person bei der Tat anwesend war. Der Staatsanwalt kommt dann auch darauf, dass McNodder aufgrund seiner Vorliebe für den Film Basic Instinct extra seinen Schraubenzieher Silbern angemalt hat und ihn im Videotitel als Eisbickel bezeichnet hat. Zu seinen psychischen Erkrankungen gibt es fünf unterschiedliche Diagnosen von sechs verschiedenen Gutachtern. Die drei Gutachter, die von Magnodders Verteidigern hinzugezogen wurden, bescheinigen ihm Schizophrenie bzw. paranoide Schizophrenie neben anderen Persönlichkeitsstörungen. Die drei Gutachter, die vom Gericht bestellt wurden, sehen alle von einer Schizophrenie-Diagnose ab und bescheinigen ihm Borderline, Narzissmus und histrionische Persönlichkeitsstörungen. Sie halten es für möglich, dass seine Schizophrenie-Symptome entweder durch Drogenkonsum in seiner Jugendzeit kommen könnten oder dass er sie auch vorgespielt hat. Das Gericht, also die zwölf Geschworenen, halten ihn für schuldfähig. McNodder wird zu lebenslänglicher Haft verurteilt, mit frühester Möglichkeit auf Bewährung nach 25 Jahren. Auch der Urheber des Internetportals, der McNodders Eisbic-Video freigegeben hat, in dem Wissen, dass es sich um einen echten Mord handelt, wird von der Polizei ausfindig gemacht und festgenommen. Er wird mit drei Monaten Hausarrest und drei weiteren Monaten, in denen er soziale Dienste leisten muss, bestraft. Doch es gibt weitere Diskussionen und Gerüchte um den Fall. Zum Beispiel ist auf dem Video, in dem McNodder die Katze an die Python verfüttert, neben seinen eigenen Händen noch eine weitere Hand zu sehen. Es muss also noch eine weitere Person anwesend gewesen sein. Sie ist nie identifiziert worden, beziehungsweise hat die Polizei dies wohl auch gar nicht versucht. Offenbar hat aber eine Frau einem Reporter gegenüber angegeben, die Besitzerin der Schlange zu sein und behauptet, dass es ihre Hand sei. Sie sagt, sie hätte zuvor keine Ahnung gehabt, dass eine Katze umgebracht werden würde. McNodders eigene Mutter hingegen behauptet, dies sei die Hand des ominösen Many. Sie hält bis heute daran fest, dass Many eine reale Person ist und ihren Sohn zu allen Taten quasi gezwungen hätte. Somit sei er gar nicht der Hauptschuldige. Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, dass die Person, deren Hand zu sehen ist, gar nicht dabei war, als die Schlange die Katze verspeiste. Als die Hand zu sehen ist, ist die Katze bereits weg. Das Video ist an mehreren Stellen geschnitten, so dass die Person auch erst später dazugekommen sein könnte. So könnte es irgendein Freund oder Bekannter von McNodder gewesen sein, dem er nur die Schlange zeigte. Auch zu seinem wirklichen Motiv gibt es viele Mutmaßungen. Er selbst hat nie konkret dazu Stellung bezogen. Zum einen könnte die Tat natürlich seinen Fantasien entsprochen haben, doch es könnte natürlich auch mit Aufmerksamkeit, die er dadurch bekommen hat, und vor allem mit seiner Flucht vor der Polizei zusammenhängen. Offenbar hat er es bereits zur Zeit der Katzenmorde genossen, den Behörden zu entwischen und er hat vermutlich bei seiner Flucht nach Europa angenommen, wieder alle an der Nase herumführen zu können. So wird zum Beispiel auch von vielen angenommen, dass McNodder selbst derjenige war, der dem Animal Beta Project seinen Namen zukommen lassen hat. Luca McNodder befindet sich im Port Cartier-Gefängnis in Québec. Im Jahr 2017 hat er Anthony Jolin, einen anderen Insassen, geheiratet. Anthony Jolin sitzt wegen Mordes ein, allerdings in Renos in New Brunswick, also in einem anderen Gefängnis. Er hat im Jahr 2003, als er wegen wieder eines anderen Deliktes im Gefängnis war, einen anderen Insassen umgebracht. Er und McNodder dürfen sich regelmäßig unter Aufsicht besuchen, durften allerdings noch nie eine Nacht miteinander verbringen. Im Gefängnis beschäftigt McNodder sich mit Sport, Sprachkursen und Malerei. Medikamente wegen seiner psychischen Störungen hat er, seit er im Gefängnis ist, keine genommen. Er soll fast täglich mit seiner Mutter telefonieren und auch regelmäßig Besuch von ihr erhalten. Seine Mutter hat zu Beginn der Pandemie im Jahr 2020 gefordert, dass ihr Sohn aus dem Gefängnis freigelassen wird, da es ja einem Todesurteil gleichkommen würde, wenn er mit so vielen anderen gemeinsam eingesperrt sei. Natürlich wurde er nicht freigelassen. Weiterhin hat seine Mutter ein Buch über ihn geschrieben mit dem Titel My Son the Killer. Sie ist überzeugt davon, dass Luca bereits jetzt vollständig rehabilitiert ist und eigentlich nicht mehr im Gefängnis sein müsste und sie glaubt nach wie vor an die Existenz von Manny. McNodder selbst hat sich dieses Jahr erfolglos darum bemüht, in ein Gefängnis mit einer niedrigeren Sicherheitsstufe verlegt zu werden. Es heißt, er würde bis heute keinerlei Reue für seine Tat zeigen und er würde sich für normal und die Gesellschaft für krank halten. Das war der völlig wahnsinnige Fall von Luca McNodder. Was haltet ihr davon? Lasst mir gerne alles, was euch dazu einfällt, unten in den Kommentaren. Kennt ihr weitere Fälle von Tätern, die Monate oder Jahre lang vor der Polizei geflohen sind? Lasst mir dies auch gerne in den Kommentaren. Denkt auch daran, ein Like dazu lassen und falls ihr Lust habt auf noch mehr Kriminalfälle, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Danke fürs Anschauen. Bis gleich! Bis zum nächsten Mal.